Grüß euch miteinander. Heute hat die Post bekannt gegeben, dass sie im ersten Semester 359 Millionen Franken Gewinn gemacht haben. Grundsätzlich ist natürlich das für uns Konsumentinnen und Konsumenten etwas Positives. Die Post soll etwas erarbeiten und soll einen Gewinn machen. Aber ich habe hier ein kleines Beispiel dazu. Die KF beklagte sich schon seit längerer Zeit darüber, dass wir einen Gemischwarenladen haben in der Post. Vor kurzer Zeit war ich bei uns in der Post um eine Ecke. Das sehe ich an Hello Kitty. Ich muss einfach sagen, Hello Kitty hat von mir aus nichts verloren in dieser Post. Was ich brauche, ist eine schnelle, kompetente Behandlung am Postschalter. Das muss ich ehrlich gesagt sagen, da hätten sie noch einen gewissen Aufholbedarf. Ich weiss nicht, wie ihr das seht, aber aus unserer Perspektive möchten wir weiterhin auf diesen Punkt unsere Finger legen. Und es wird uns wichtig sein, dass wir in der Zukunft nicht einfach nur Gewinn um Gewinneswillen machen und das Gewerbe damit konkurrenzieren, sondern dass die Leistung, die im Monopo-Bereich erbracht wird, sauber und qualitativ hochstehend ist. Merci.